Wenn du Geräusche aus dem Schlafzimmer deiner Eltern hörst. Mama? Ja? Ich hab da gestern was gehört. Was denn? So ein Geräusch. Also ich bin mitten in der Nacht wach geworden und dann hab ich aus eurem Schlafzimmer so ein Geräusch gehört. Okay, was war das für ein Geräusch? Es klang ein bisschen so... Also, geht's dir gut? Ja klar, Schatz, mir geht's gut. Warum? Es klang halt ein bisschen so, als würdest du Hilfe brauchen oder so. Du hast so geschrien oder so. Okay, lass uns bitte nicht drüber sprechen, okay? Aber warum, wenn du Hilfe brauchst, dann musst du das sagen. Ich möchte jetzt einfach nicht drüber sprechen. Warum ich... Papa? Ja, guten Morgen. Hat Mama gestern Abend Probleme im Schlafzimmer gehabt? Sie hat so richtig geschrien. Ich hatte Nachtdienst, ich war doch gar nicht zu Hause. Na ja, okay, vielleicht hab ich mich auch vertan. Schatz, musst du mir irgendwas sagen? Was?